Hallo zusammen, ich bin Cedric, bin im zweiten Lehrjahr als Elektroniker und mache meine Lehre bei der Antrimon. Mir als Lernende wird bei der Antrimon einen Einblick in verschiedene Projekte und Prozessabschnitte ermöglicht. Hallo zusammen, ich bin Florent und habe meine Lehre bei der Antrimon gemacht. Nach meinem Abschluss habe ich die Chance bekommen zu bleiben und eine neue Herausforderung im Büro in Angriff nehmen. Und jetzt unterstützt mich die Antrimon schon bei der ersten Weiterbildung. Natürlich habe ich auch jetzt noch einen Haufen mit Lernen dazu. Ich bestücke die Leiterplatten und löte sie. Anschliessend kontrolliere ich die Lötstellen, ob sie in Ordnung sind. Schlussendlich tun wir die Endprodukte mit unseren Teststationen auf die Funktion testen. Schon in der Bewerbungsphase hatte ich ein gutes Gefühl, was das Arbeitsklima betrifft. Und heute kann ich sagen, unter den Mitarbeitern fühle ich mich wohl. Es ist auf eine Art eine grosse Familie. Komm auch du zu der Antrimon, es wird dich begeistern. Und übrigens, fahren ist besser als laufen. Ich hoffe.